Hallo lieber Tieftonliebhaber, in dieser Vlog-Folge gebe ich dir ein paar sehr wertvolle Tipps zu Bassgurten. Viel Spaß! Hier ist Florian Friedrich von Florians Bassunterricht und es geht in dieser Vlog-Folge um Bassgurte. Nun muss ich gleich erstmal von vornherein sagen, dass ich erstens nicht gesponsert bin. Ich habe kein Gurt-Endorsement, das heißt, wenn ich Markennamen erwähne, dann ist das keine Werbung, sondern nur eine Feststellung. Ich habe Gurte von verschiedenen Marken, das ist eben das, was ich benutze. Und zweitens möchte ich niemanden auf die Füße treten, denn ein Gurt ist und bleibt Geschmackssache. Der eine verabscheut Gurte aus Leder, der andere will nur gelbe Gurte, keine Ahnung, ich finde das alles super. Für mich sollte ein Gurt okay aussehen, sich vor allem angenehm tragen und nicht nach dreimal benutzen kaputt gehen. Ich möchte dir einfach ein paar Tipps geben, auf die du bei der Anschaffung eines Gurtes achten solltest. Ich habe jahrelang eigentlich nur diese Neopren-Gurte gespielt. Das sind Gurte von der Marke Comfort Strap und die machen auch wirklich wahr, was der Name suggeriert. Sie sind nämlich durch das Neopren tatsächlich sehr komfortabel und so ein bisschen elastisch. Und es gibt die in verschiedenen Längen, ich weiß gar nicht, wie die Längen heißen, ich glaube Small und Medium oder Medium und Large sind das. Und du siehst, dass hier in dem oberen Stück die unterschiedlichen Längen auch unterschiedlich lange Zwischenstücke eingebaut haben. Und dazu kann ich dir schon mal einen Tipp geben, je nachdem wie hoch du deinen Bass trägst und was deine Postur ist, kann es sein, dass dieses Plastikstück hier oben an deinem Schlüsselbein liegt. Und das fühlt sich manchmal nicht so sehr angenehm an. Achte also darauf, dass ein Gurt möglichst keine störenden Teile irgendwo da hat, wo der Gurt am Körper anliegt, also nicht am Rücken und auch nicht an der Schulter. Und du siehst vielleicht, ich habe diesen Gurt schon super lange. Ich glaube ungefähr 20 Jahre oder so und der Stoff, der löst sich schon von dem Neopren. Aber das stört mich nicht weiter. Der Gurt ist immer noch stabil und bequem und es fällt eigentlich auch nicht auf, wenn man es nicht weiß. Meiner Meinung nach sollte übrigens jeder Bass seinen eigenen Gurt haben. Ist das zu luxuriös gedacht? Nee, ich glaube nicht. Denn gerade wenn man mit mehreren Instrumenten spielt und öfter den Bass wechselt, dann kann das gerade live einfach unnötig viel Zeit und Gefummel in Anspruch nehmen. Wenn man dann auch noch den Gurt erst vom einen Bass abmachen und wieder an den anderen Bass dran machen muss. Und man will ja eigentlich nur kurz das Instrument wechseln und weiterspielen. Außerdem ist jeder Bass ja auch irgendwie anders und trägt sich anders am Körper und hat eine andere Form und vielleicht eine andere Befestigung an einer anderen Stelle für den Gurt. Und ein anderes Gewicht und man will vielleicht den einen Bass lieber ein bisschen tiefer hängen haben als den anderen. Mein Rockprezi, den ich zum Beispiel immer bei Hedwig and the Angry Inch spiele, hängt etwas tiefer als die buntlose Malo Diva. Und klar, das geht natürlich auch mit einem Gurt, aber wie gesagt, es ist immer mit Getüdel verbunden. Und noch ein Grund, du bist auf einem Gig und shit, Gurt vergessen. Der ist noch am anderen Bass oder im anderen Gigpack. Also bei mir hat jeder Bass seinen eigenen Gurt und der bleibt auch immer dran. Okay, die Bässe wurden dann irgendwie im Laufe der Jahre immer mehr. Naja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall brauchte ich einen weiteren Gurt und habe dann in einer großen alten Kiste auf dem Dachboden einen meiner ersten Gurte gefunden. Den habe ich wirklich schon seit ewig, seit 30 Jahren oder so. Naja, er ist aus Leder und ich habe festgestellt, dass sich das auch super anfühlt. Ohne die Elastizität von dem Neoprengurt. Und dir fällt jetzt vielleicht auf, dass alle meine Bassgurte eigentlich relativ breit sind. Und das ist einfach eine Komfortfrage. Denn Bässe sind eben etwas schwerer als Gitarren und ein breiter Gurt verteilt das Gewicht eben besser und breiter auf deiner Schulter. Ich habe mit einem Bass auch mal diesen etwas dünneren und ungepolsterten Bassgurt mitbekommen und ich muss sagen, das merkt man tatsächlich schon nach 20 Minuten Spielen. Dass sich das wirklich negativ auf die Schulter auswirkt. Ich merke das auf jeden Fall, denn ich habe dann nicht so viel Muskeln und Polsterung und meine Schulter fühlt sich sofort irgendwie verspannt und beansprucht an. Wahrscheinlich, weil sich das Gewicht ganz einfach nicht so gut verteilt. Also Tipp Nummer 1, breiterer Gurt. Ich habe dann irgendwo diese relativ schlichten Ledergurte gesehen und mir rein funktionshalber, weil ich mal eben wieder einen Gurt brauchte, einen schönen, geschmeidigen, breiten Ledergurt gekauft. Und dann irgendwann noch einen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ein Gurt ist tatsächlich auch vom Bass abhängig. Klar, habe ich ja schon gesagt, aber ganz speziell von der Kopflastigkeit des Instruments. Es gibt viele Bässe, bei denen die Kopfplatte nach unten fällt. Sie also zu schwer ist, den Bass im Gleichgewicht auf dem Bein liegen zu lassen oder am Körper hängen zu lassen. Das nennt man dann Kopflastigkeit. Und da gibt es jetzt den Tipp Nummer 2. Achte auf die Innenseite eines Gurtes. Manche Gurte haben nämlich eine schöne glatte Innenseite. Und andere Gurte sind dafür ein bisschen rauer. Und erst beim Tragen mit Instrument wird dir auffallen, dass die mit der glatten Innenseite auf deiner Schulter rutschen können und die mit einer raueren Innenseite besser in Position bleiben. Ist dein Bass also kopflastig, dann solltest du einen Gurt mit einer etwas raueren Innenseite nehmen. Und das war mir eigentlich selber auch noch nie aufgefallen, denn die Neopren-Gurte, die sind auch relativ rutschfest und bleiben gut in einer Position. Okay, Tipp Nummer 3. Eine gute Befestigung am Bass. Ich bevorzuge mittlerweile diese Strap-Locks von Dunlop. Die sind sicher und mir ist auch noch nie einer kaputt gegangen. Und es gibt auch Alternativen, die ich auch oft und viel benutzt habe. Aber da verbiegen dann doch mal die Teile oder sie leiern aus. Und vor allem erzeugen sie in allen Fällen nach einiger Zeit diesen schwarzen Schmutz an der Gurtschraube. Und den willst du wirklich nicht an deinem weißen Auftrittshemd haben. Andere Möglichkeiten sind eine breitere Gurtschraube mit einem breiteren Kopf, sodass der Gurt dann nicht so leicht abfallen kann. Oder der alte Trick mit den Flaschenbiergummis. Die gibt es auch in schwarz von irgendeiner Marke, allerdings machen die genau das Gleiche. Und der Vorteil der roten ist, man bekommt immer ein Bier dazu. Okay, und zum Schluss noch Tipp Nummer 4. Kauf dir einen Gurt in einer guten Qualität. Die sind dann wahrscheinlich etwas teurer, aber du hast zum einen viel länger etwas davon und zum zweiten hängt dein Bass einfach viel sicherer auf deiner Schulter. Ich habe nämlich schon mehrere Male mitgemacht, dass mir live während des Spielens der Bass abfällt. Und das ist einfach echt kacke. Einmal ist mir die Gurtschraube abgebrochen, okay, das hat nichts mit dem Gurt zu tun. Aber oft waren es eben die Löcher, die dann irgendwie ausgeleiert sind oder eingerissen sind. Und das hat ganz einfach mit der Qualität des Materials zu tun. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, breiter Gurt. Zweitens, achte auf die Innenseite des Gurtes. Rutschig oder nicht? Drittens, die Befestigung an deinem Bass. Und viertens, die Qualität des Gurtes. Ich hoffe, du kannst etwas mit meinen Tipps anfangen. Drück dann gerne den Gefällt mir Knopf und abonniere auch bitte meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und wenn du Zugang zu Superbasskursen mit vielen Übungen und Playlongs haben möchtest, dann melde dich einfach auf floriansbassunterricht.de an. Ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.